Das ist ein super Ort, um sich zu erholen. Wir können weitergehen. Das wird sie nicht gut vertragen. Wir sollten gehen. Sofort, Meister Pope. Bitte, behaltet euch im Griff. Jing? Gebt euch einen MDR, einen Moment der Ruhe, um die Situation einzuschätzen, bevor ihr damit anfangt zu... Der Typ hat mich komisch angesehen! Hey! Nein! Ja! Alles gut, sie konzentriert sich auf den Verkehr. Vielleicht kann der Kontakt uns sagen, warum die kaiserlichen Wachen uns töten wollten. Wäre besser. Und dann, haia, schlagen wir ihm die Zähne ein und dann treten wir ihm seinen Kopf... Wir brauchen ihn. Gesund und lebendig. Mit all seinen Zähnen. Und seinem Kopf. Einen Moment. Sie braucht Ruhe, aber morgen oder so geht ihr wieder gut. Na dann, gute Nacht. Das kommt mir gefährlich vor. Ja, mir auch. Gruppenkoppeln! Vergiss es.